Die Rainbow Friends greifen an. Kannst du den richtigen Teil löschen, um ihn zu retten? Guck dafür, das Video ist zum Ende. Um Gottes Willen, Leute, Blue Rainbow Friend greift an. Was sollen wir machen? Wir müssen irgendwas machen, damit Blue sich wieder besser fühlt. Am besten sowas hier. Ich singe für dich. Und damit wird getanzt, Leute. Genau das ist heute Aufgabe. Helfen Sie Blue, ihn zu finden. Du bist doch hier drunter unter dem Karton. Ich wusste es. Und jetzt kann ich dich aufhören, Leute. Lasst ein Like und auch ein Abo auf dem Kanal. Alter, lasst uns hier wirklich mal die 50 Likes knacken. Finde das Monster. Okay, das orangene Monster ist doch bestimmt hier drin. Ja, im Lift. Oh Gott. Holen Sie sich Essen für Blue. Wieso, Pizza magst du nicht? Oh mein Gott. Also so ein Essen, weiß ich nicht, ob das so schmeckt, ehrlich gesagt. Dann doch lieber die Pizza. Aktivieren Sie die Maschine. Ja, ihr wisst es doch alle, Freunde. Die Rainbow Friends, ihr kennt sie alle. Da musste man die Glühbirnen reinstecken. Das bedeutet hier unten drunter sind die letzten beiden. Und damit ist die Maschine aktiviert. Let's go. Wie sieht das Tattoo in echt aus? Blue, dann zeig mal her hier. Dieser Löwenkopf sollte es werden. Und was ist es in echt geworden? Ein Kätzchen. Na ganz toll. Also da würde ich auch heulen und mich aufregen. Aber so geht es ja nicht. Warum so schwer? Ähm, was ist hier drunter? Komm, zeig doch mal. Das glaube ich nicht. Blue am Burgerfutter unten im Wagen. Okay, okay, okay. Den Patienten zum Lachen bringen. Okay, der hat Angst. Ihr seht es, Leute. Der hat richtig Angst, weil die OP gleich losgeht. Und jetzt schon zum Lachen bringen mit Tic-Tac-Toe. Wahrscheinlich ist das witzig, oder? Das ist richtig unwitzig. Das tut doch weh. Ähm, finde die neue Brille für Blue. Wieso? Hä? Oh mein Gott, die einäugige Piratenbrille, Leute. Weil sein eines Auge ja blind ist. Na gut. Mache den Donner. Ähm, ja. Den kann ich machen, wenn sein Schirm weg ist. Bah! Und er wird vom Blitz getroffen. Das tut mir leid. Aber selbst schuld. Wach nicht Blue auf. Okay, warte mal. Das heißt Luftballon für Luftballon wegmachen. Und zur Torte gehen und essen. Ja, so. Okay, hat nicht gereicht. Am besten, ich mache alle Luftballons weg. Vorsichtig hier oben auch nochmal. Und hier, so. Und jetzt langsam zur Torte. Und lecker schmecker. Sehr gut. Die Luftballons können nicht platzen. Zubereitung von Lebensmitteln für Orange. Was ist das? Orange also? Hä? Was ist denn der? Guck mal, wir haben ihn angelockt, Leute. Der ist einfach so hunde Trockenfutter oder sowas. Helfen Sie Green jemanden zu fangen? Na, wer ist hier hinter? Zack, bam, und gefangen. Sehr gut. Oh nein, was hat Blue gegessen? Das sieht aus wie ein großes Glas. Wie eine große Wassermelone. Hm, okay, okay, okay. Vorsicht mit Orange. Vorsicht, ihr ganz kurz die Spur wegmachen. Dann läuft auch den Stau nicht lang und läuft in die andere Richtung, Leute. Sehr, sehr gut. Habt ihr gut gemacht. Wer beobachtet dich? Das kann ich euch nur sagen, wenn die Zeitung hier hinten weg ist. Red einfach am gucken, ne? Dr. Red mit der Zeitung heimlich am gucken. Okay. Helfen Sie Blue wieder fit zu werden? Ich glaube, dem geht es gar nicht mehr gut. Er steht sich auf der Waage. 300 LBS. Wie Kilogramm sind das nochmal? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Das ist ja die amerikanische Einheit. Ähm, sagen wir mal... Okay, warte mal. Wir löschen ihn mal auf 170. Zack. Und damit sieht er wieder fit aus. Sehr gut. Bringen Sie die Farbe zurück? Ja, Leute, ihr seht, es ist schwarz-weiß gefühlt alles, weil der Himmel grau ist. Aber wir bringen die Sonne. Dadurch kommt der Regenbogen und alles wird schön bunt. Suchen Sie einen Akku für den Computer? Okay, wo könnte der Akku sein? Das war ja klar. In der offenen Schublade ist ja logisch, dass er da unten drin ist. Und zack, der Computer geht wieder an und wir sind einfach im Büro von Rainbow Red. Bin da ein Freund für Blue. Zack, machen wir kurz die Maschine an. Und damit kommt Orange raus. Oder wer soll das sein? Den kenne ich ja gar nicht. Wer soll das denn sein? Sind das neue Charaktere? Oh mein Gott, die spielen anscheinend Basketball. Helfen Sie Blue zu gewinnen? Ja, das mache ich, indem ich einfach hier aus der Acht eine Null mache. Ja, selbst schuld, genau so. Rettung Blue. Ähm, schließen. Zack, oh, öffnen. Oh, okay. Und das war's mit dem Roblox-Typen. Speichern Sie Blue. Äh, wie, ich soll ihn sichern? Okay, warte mal. Ähm, vielleicht hier hinten, wenn Licht reinkommt, dann kann Dracula nichts mehr machen und wird zu Fledermaus und fliegt schnell weg ins Dunkel. Sehr schön. Helfen Sie Blue, Ihre Träume wahr werden zu lassen. Wieso, was träumst du denn so? Von was träumt ihr so? Äh, einfach eine Musikanlage. Hat er sich gewünscht und rot ist der DJ. Let's go. Finden Sie den Zombie. Ich sag euch hier locker, rettet. Na, ich hätte es gedacht. Der Grüne ist der Zombie. Oh mein Gott, lauf weg, schnell. Alter, einfach der Grüne am Start. Finden Sie die Box? Ja, Leute, das ist doch wohl klar. Locker hier unter dem, ich wusste es. Einfach unter dem Tisch, die letzten drei Boxen. Und, äh, na gut. Das hat jetzt wiederum auch nichts gebracht, wenn Blue kommt. Rettet Sie, Leute, schnell. Ähm, okay, kein Problem. Das ist nämlich gar nicht Blue, das ist nämlich einfach nur Ihr Freund, der hier einen Antrag machen will. Okay, finden Sie Green. Einer von diesen Kackteinen. Ich sag dieser hier. Nein, ich sag dieser hier mit der Blume. Ich wusste es. Da steht Green einfach, ne? Ah, 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 ich bin Green. Nein, okay. Eine Strafe Blue. Sag mal, man klaut hier nicht einfach so hoch. Nicht aus so einem Bienennest. Nein, 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 nein. Deswegen kommt jetzt hier die Katze und... Oh, die Katze? Ja, die Katze kommt und macht so... Ja! Und das Bienennest ist runtergefallen und die Bienen kommen raus und stechen Blue. Ja, selber schuld, sag mal. Ähm, naja, das ist doch aber nicht so nett, ne? Als Katze isst man hier nicht so einen Fisch. Einfach frisch aus dem Nachbarssee. Zack, und sie dead. Einfach, Leute, sie ist einfach eine Katze aus Ägypten. Oh mein Gott, Poppy Playtime hier und da ist Chucky oder wer ist das? Chucky, Kollege, hast du eine Glatze bekommen oder was? Und er denkt sich so... Oh Mann, was machst du mit mir meine Haare? Ja, selbst schuld. Die Situation umkehren. Oh, wie mache ich das am besten? Die Pustole. Kann ich hier was machen bei dem? Den Teppich und der steht einfach auf dem Loch drauf und tschüss. Mach's gut. Patzenpuzzle. Ähm, das passt nicht rein. Ihr seht es ja selber. Deswegen müssen wir hier einen löschen. Und zwar, einfach den hier oben gerade machen. LOL. Und jetzt passt es rein und Tetris erfolgreich gemeistert. Wie werde ich eine Berühmtheit? Ähm, vielleicht das Eis... Oh mein Gott, das liegt nicht, Leute. Der ist einfach Kacke. Und dadurch, der ist Hundekacke. Und dadurch wird er berühmt. Und hier war jetzt kein normales Eis. Das ist ja ihm elendlich. Ähm, rette ihn. Keine Sorge. Hier, die Sonne ist auch gleichzeitig ein Schwimmring. Zack und... Trotzdem wartet unten der Hund. Äh, der Hund sah ich schon. Also wirklich der Hai. Leute, ich weiß nicht, ob er da oben so sicher ist. Was erregt sie? Äh, einfach das McDonalds-Symbol. Lecker. Pommes. Schmeckt gut. Oh mein Gott, der hat einen Albtraum. Nein. In Wirklichkeit träumt er von Fastfood und von der nächsten Geburtstagsparty. Okay. In den Wolken. Was ist da versteckt? Hä? Was versteckt? Ah, das glaube ich nicht. Ah, mein Gott. Wer soll das denn sein? Einfach mit Kleid am Start. Rette ihn. Schnell den Pilz wegmachen. So. Okay. Er hat auf jeden Fall einen Steinpilz gefunden. Glaube ich. Ist es? Wenn ich nicht falsch liege. Ne? Irgendwie so ein Steinpilz müsste das sein. Zack. Und macht sie glücklich. Sie stellt einfach Squid Game. Und sie denkt sich das auch. Findet es total blöd. Und deswegen gibt es in ihrem örtlichen Klamottenladen 99% Rabatt auf alle Klamotten, Leute. Damit kann man noch eine Frau glücklich machen. Liebe wieder von Anfang an. Okay, Leute. Die sind schon so lange zusammen. Wir müssen wie am Anfang lieben. Und deswegen machen wir einfach die Haare auch weiß. Ah, wie sie auch, um so die Liebe zu zeigen. Oh, schamant, schamant. Radiergummi, der Wut. Das Feuer, das Feuer, das Feuer, das Feuer. Und er spielt einfach Mario auf der Playstation. Ich denke, es ist so ein geiles Spiel. Okay, na gut. Kein Problem, wenn er sich jetzt besser fühlt. Stoppt ihn. Einfach ein Einbrecher im Museum, Leute. Wie können wir ihn jetzt stoppen? Wenn wir hier hinten einfach mal... Ne, warte mal. Wenn er hier die Diamanten sieht, dann weiß er, dass das der falsche Weg ist. Ähm. Oh mein Gott. Ich kann das Licht ausmachen. Zack. Und damit ist es dunkel und er hat Angst. Oh, ich hätte ihm fast einfach alle Diamanten gezeigt da hinten. Leute, welches Bild soll das sein? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Na, schreibt rein. Los, schreibt mal rein hier. Ich weiß es eigentlich. Ich denke mal, es soll die... Wer sein? Die... Ja, ja. Die Mona Lisa. Ich denke mal, die soll das sein. Das ist ja klar. Und er... Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, das soll das doch nicht sein. Das ist einfach Mr. Bean, Alter. Wie sieht der aus im Gesicht? Oh Gott. Der sieht ja ganz entstellt aus. Rückstoß-Federspielzeug. Ähm. Rückstoß-Federspielzeug? Was soll ich hier machen? Oh. Oh mein Gott. Guck mal. Ich kann hier... Ich kann hier einfach... Was soll ich da gerade... Lol. Ich kann einfach... Ey, wie cool. Guck mal. Der ist einfach auf so einem coolen Federteil drauf. Hm. Nicht schlecht. Ich finde den Schwan locker hier in einer der Blumen. Okay. Es ist die schwarze Ente. Leute. Ist so. Einfach die schwarze Ente ist einfach zum Schwan geworden. Fliegt rum und alle denken sich so... Boah, ist der schön. Wer ist der Mörder? Ui. Okay. Ähm. Sie ist die Mörderin, weil sie einfach Gift in der Hand schadet. Sag mal. Ist ja schrecklich. Okay. Erfinden sie das UFO. Sag mal hier auf deinem Kopf. Hier. Da ist das UFO. Auf dem Kopf drauf. Ein Mini-UFO. Miniatur-UFO. Okay. Nicht schlecht. Angst erschrecken. Ui. Ne. Okay. Das war nicht krass. Nicht schlecht. Dann hier. Ui. Die Box 10 mal gruseliger. Okay. Sein Wunsch ist es. Müdigkeit. Oh. Die Leute. Die Sonne scheint so krass. Man schläft hier ein in der Sonne. Wie gern hätte ich jetzt Sommer. Und zack. Schnell Volleyball. Let's go. Und hier nochmal rüber. Und hier nochmal rüber. Sehr gut. Genauso soll das sein. Öffne die Tür. So. Zack. Schlüssel gemacht. Und jetzt passt der Schlüssel wenigstens noch rein. Wer ist die Gefahr? Ich sag euch. Locker nicht diese gruselige Puppe. Ne. Weil da jemand einfach nur im Kostüm ist. Aber die Gefahr ist in Wirklichkeit hier. Diese Frau. Die einfach auch ein Zombie ist. Lauf. Boah Leute. Los. Nicht einschlafen hier. Und zack. Oh mein Gott. Das ist doch keine Motivation. Wenn das so ein Mösschen ist. Dann merkt er wieder an loszuboxen. In Ordnung. Sich verlieben. Ähm. Vielleicht einfach mal die Mittelbank wegmachen. Und damit sitzen die beiden viel näher beieinander. Kein Problem Bro. Mehr Zuschauer bekommen. Ähm. Weiß ich auch nicht. Hier das Headset abziehen. Oh mein Gott. Einfach ein kürzeres Top anziehen. Und dadurch bekommt man mehr Zuschauer. Ich weiß nicht ob das stimmt. Naja. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Finde das Geheimnis. Locker nicht hier in der Box drin. So. Ich wusste es. Nein. Nicht der Kackhaufen. Sondern hier hinten der Vollmode. Und da ist Freddy im Schrank. Was? Abhauen. Und zwar sofort. Spieglein. Spieglein. An der Wand. Wer ist der schönste? Im ganzen Land. Das glaube ich nicht. Er trägt einfach in Wirklichkeit eine Glatze. Oder was? Das ist das Geheimnis. Ah. Okay. Und. Aber das ist nicht das Geheimnis. Leute. So ist das Geheimnis. Und zwar. Dass wir in echt eine Glatze trinken. Und nicht nur im Spiegel. Okay. Öffne die Wahrheit. Na. Wer ist hier eigentlich in Wirklichkeit unterm Schwan? Ein Schwimmring. Nicht schlecht. Rettung des Jungen. Oh mein Gott. Schnell aus der 6. Einmal ganz kurz eine 1 machen. Zack. Und alles bestand. Und jetzt sagt die Mutter. Siehst du. Ja. Sehr gut. Und ich mir. Wieso hast du schon wieder eine 6 geschrieben? Was mag sie wirklich? Ein Spiegel. Oh Gott. Natürlich Tennis. Und nicht ein Spiegel. Spiegelei Leute. Ja. Okay. Kann man auch machen. Wobei Spiegelei doch eigentlich auch ganz lecker ist. Speichern sie den Frosch. Warte mal. Zack. Und durchgebrochen. Und damit ist Bebe wieder gesichert. Leute. Wir konnten die meisten Leute jedenfalls retten. Wenn es nicht gefallen hat, lasst mir gerne ein Like. Und auch ein Abonnenten. Wenn es euch ja erstmal wieder aussehen. Bis dann. Und ciao. Ciao.